Alfred Pfaff war ein deutscher Fußballspieler und Fußballweltmeister 1954 Leben. Pfaff begann als Zehnjähriger bei der Eintrachtenjugend mit dem Fußballspielen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges spielte der gelernte Installateur erst für SC Wilges und den 1. FC Hochstadt und dann nach der Saison 1948-49 still. Mit dem Rödelheimer FC in der Fußball-Oberliga Südwieder am Ried erweilt bei Eintracht Frankfurt zu landen. Von 1949 bis 1961 absolvierte er für die Adler Träger 301 Oberligaspiele und erzielte dabei 103 Tore. Mit der Eintracht gewann der überragende Spielmacher am 28. Juni 1959 in Berlin gegen den Lokalrivalen Kickers Offenbach durch einen 5 zu 3 Erfolg nach. Verlängerung die deutsche Meisterschaft Nach überzeugend herausgespielten 6 zu 1 bzw. 6 zu 3 Erfolgen im Halbfinale gegen Glasgow Rangers in beiden Spielen erzielte der Freistoß-Experte jeweils zwei Tore, zog Pfaff mit seiner Mannschaft in das Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Real Madrid ein. Am 18. Mai 1960 setzten sich die Königlichen um Alfredo Di Stefano und Verenig Puschkasch mit 7 zu 3 Toren durch. Don Alfredo war der Kopf der Eintracht-Mannschaft. Von 1953 bis 1959 absolvierte Pfaff mit der Eintracht 12 in Trundenspiele um die deutsche Fußballmeisterschaft und schoss drei Tore. Insgesamt war er in zehn Europapokalspielen für die Hessen aktiv 1955 bis 1957 in drei Spielen für die Stadtauswahl Frankfurt Offenbach im Messick ab und zeichnete sich dabei als siebenfacher Torschütze aus. Pfaff war Ehrenmitglied und Ehrenspielführer von Eintracht Frankfurt. Er spielte zwischen 1953 und 1956 siebenmal in der deutschen Fußballnationalmannschaft und erzielte zwei Tore. Die erste Berufung erfolgte durch den Bundestrainer Sepp Herberger zum WM-Qualifikationsspiel am 19. August 1953 in Oslo gegen Norwegen. Der Höhepunkt seiner Länderspielkarriere war der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz. Pfaff kam in der Vorrunde im Spiel gegen Ungarn, das aus Sicht der Deutschen mit 3 zu 8 verloren ging, zum Einsatz und erzielte dabei in der 26. Minute das Tor zum zwischenzeitlichen 1 zu 3. Durch Fritz Walter war die Position des Spielmachers in der Nationalmannschaft allerdings glänzend besetzt, sodass Pfaff in der Länderelf keine tragende Rolle spielen konnte. In der B-Nationalmannschaft erzielte er in zwei Einsätzen 1953 bis 1954 drei Tore. Neben dem Platz, Pfaff war ab 1954 Gastwirt und führte seine Gastwirtschaft zuerst in Frankfurt-Braunheim und später an der Frankfurter Hauptwache. Seit 1961 lebte er als Gastwirt und Hotelier in Zittenfelden im Moretal, Odenwald. 2006 wurde ihm der hessische Verdienstorden verliehen. Alfred Pfaff starb nach langer Krankheit am 27. Dezember 2008 im Alter von 82 Jahren. Nahe dem Trainingsgelände der Eintracht Frankfurt E. V. im Frankfurter Stadtteil Rieterwald ist seit 2013 die Alfred-Pfaff-Straße nach ihm benannt. Siehe auch Deutschland bei der WM 1954 in der Schweiz.